Kököme meine Arme, den Köln! Lass sie nach! Get the fuck up! Mama sagt, get the fuck up! Du ja, ihr seid uns Köln! Köln, seid ihr bereit? Dann gebt mir mal kurz einen Schrei. Ich stelle euch schon weit. Um zu sehen, seid ihr schon rei? Mama ist am Start. Ich weiß nicht, hast du das sogar geplant? Oder bist du vielleicht zufällig hier? Können wir uns vielleicht ein bisschen unterhalten mit dir? Darf du mal irgendjemand was sagen? Sie fragt nichts, es liegt mir schwer gemacht. Aber ich kann ja noch mehr Leute fragen. Kein Problem, weil ja auch noch mehr Leute da sind. Wie heißt du zum Beispiel? Sag mal deinen Namen! Lass die Leute nicht erwarten. Wie heißt Maya, das ist ein schönes Wort. Da gibt's noch nötige Länder und es gibt sogar ne Wort. Wo die Sachen hingebaut haben. Aber macht ja nichts. Du musst gar nichts sagen. Keine Angst. Keine, keine Angst. Ich bin nur ein Rapper. Ich hab keinen kleinen Schwanz. Naja, das muss ich sagen. Für das Image. Aber macht nichts. Auch das gerade ist es. Ich schau mal für das Kind im Spruch. Der Rekorde. Ob es wieder etwas gibt an einem dieser Autos. Wo ich vorbeikomme zufällig. Genau dafür bin ich zuständig. Und so sieht das aus. Als Betiab, doch mal drauf. Ich sage das ist für die Moves, das ist für die Mama. Das ist für Kamas, die Dads und die Kids, das ist für die Moons und für die Mamas, die Händen und die Kids. Oh, 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 habt ihr noch Bock? Komm mal ein bisschen näher, Kameramann, ich fass nicht alle grünen Kabel von der Kamera an. Und fühl dich an, als würde ich mit meinem Hund Gassi gehen. Ja, von dem wie kann ich leider nicht abzählen. Macht mir Spaß, ihr seid so, aber ich komm mit Freestyle zum Kick im Flow. Oh, ich lass dich nicht mehr los, naja, hab ich gehabt, aber ich weiß nicht, was ihr gemacht habt letzte Nacht. Ihr seht auf jeden Fall sehr, sehr müde aus, wenn nicht dann, wer hat eure Füße raus. Ich probier noch etwas aus, kein Problem in Köln, seid doch noch mal laut. Das ist für die Mamas, für die Mamas, die Dads und die Kids, und die Zufall des Gästens und auch die Papas, das ist genau das, was es ist. Ich glaub, das ist für die Mamas, das ist für die Mamas, die Dads und die Kids, und die Kids, und das ist für die Mamas, die Leute und die Kids, und der Heinz ist, ich weiß ja auch nicht, aber... ...und das ist für die Show-Sapper und da muss ich so was fragen, wenn ich mit Flow-Rapper, ich komm rein, also die Show-Master mit. Ey, was ist los? Wo sind die Arme hin? So gibt das alles gar keinen Sinn. Da merk ich nämlich wirklich, wie Arme ich bin, denn Arme und Hände, das Brot uns Künstlern. Und lauter Stange, das Brot uns Künstlern, der bei euch vorbeigefangen ist, also komm mal rein, dass es hier kein Mensch ist. Und alles live, wenn wir Playbacks auf, also Leute, ich bin die Hände hoch, und wir müssen da mit auf Blüte stehen, da läuft keine Ahnung, ich will mal nicht. Und alles live, wenn wir Playbacks auf, also Leute, wir können da mit den Kids, und die 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 Kids sie immer wieder einmal. Yeah, ja Köln! Komm! Köln, dass hier auf Brug in der Straße das genau da drauf ist, ja gerade dass das endlich passiert Köln, die uns du erst ausprobieren Kann schon sein, dass die Bühne baufällig ist denn in Köln hab ich gehört, was jetzt ständig ist und auch der Durchkehrsum Denn wir glauben mit uns, das hört mich ja nicht auf, bis die Abend hier trennen wir uns. Können wir noch mal die Hände für uns? Und zwar von links nach rechts. Ich schreibe euch da jetzt, links nach rechts. Hupen wir noch mal mit Daff und Frisch. Und mein Kind weiß nicht schlecht. Das war's nicht aus dem Schiff. Und wir bringen ihm was mit. Und zwar nehmen wir die Welt auf. Hälte das Bier auf dem Raum. Und dann haben wir jetzt auch ruhig, yeah. Hälte das Bier auf dem Raum. Hälte das Bier auf dem Raum. Hälte das Bier auf dem Raum, Hälte das Bier auf dem Raum. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018